Sehr viele Christen erleben Folgendes. Sie haben von Gott eine Verheißung für ihr Leben empfangen. Etwas, was er durch sie tun will. Etwas, was er in ihrem Leben hervorbringen will. Wozu er sie gebrauchen will. Und dann gehen sie vorwärts. Und es scheint so überhaupt nicht das Geringste, sich in Richtung dieser Verheißung zu entwickeln. Sie sagen, Herr, du hast mir eine Verheißung gegeben. Mein Leben läuft völlig anders. Und nicht wenige verlieren durch den Unglauben dann diese Verheißung. Sie sagen, funktioniert sowieso nicht. Muss ich mich wohl verhört haben. Und sie lassen es einfach gehen. Aber weißt du was? Ich habe ein Wort des Herrn für dich. Und das heißt, der Weg, den ich dich führe, der führt zur Erfüllung der Verheißung. Du denkst, der Weg, auf dem du dich bewegst, geht in irgendeine völlig andere Richtung als das, was Gott eigentlich dir zugesagt hat. Und ich glaube, das ist eine falsche Wahrnehmung. Gott hat ein völlig anderes Bild davon, wie unser Weg läuft und was in unserem Leben geschieht, als wir selber. Schau mal beispielsweise David an. David wurde von Samuel zum König über Israel gesalbt. Berufen. Was geschah danach? Er ging zurück zu den Schafen. Er ging genau zurück in das kleine Ding, aus dem er gekommen ist, irgendwo hinter den sieben Bergen die Schafe zu hüten. Und trotzdem war das genau der Weg, durch den der Herr ihn geführt hat und die Verheißung wahr geworden ist. Oder dem Josef. Der hatte Träume von Gott bekommen und was dann in seinem Leben geschah, war eine Aneinanderreihung von Katastrophen, die die Erfüllung dieser Träume scheinbar völlig unmöglich machten. Und doch war genau das, was geschehen ist, das, was zur Erfüllung dessen, was Gott verheißen hatte, beigetragen hat. Es war genau der Weg, den Gott ihn geführt hat. Und unser Problem ist, dass wir häufig diesen Überblick nicht haben, diese große Sicht nicht haben, in unseren Schwierigkeiten, in unseren Problemen stecken und denken, dass die Verheißung Gottes für unser Leben unmöglich ist. Und deshalb sage ich dir, das ist nicht der Fall. Der Weg, den Gott dich führt, wird dich zur Fülle der Verheißung bringen, die er für dich hat, wenn du treu weitergehst und an der Verheißung festhältst. Nachdem Josef in Ägypten in die Position gekommen ist, die Gott für ihn vorgesehen hatte, da sagt er, ihr zwar, er meint damit seine Brüder, ihr zwar, ihr hattet Böses gegen mich beabsichtigt, Gott aber hatte beabsichtigt, es zum Guten zu wenden. Die bösen Umstände, die er in seinem Leben wegzustecken hatte, waren letztlich etwas, was Gott gebrauchte, um es zum Guten für ihn zu wenden. Und das gilt auch für dich. Ich bin sicher, dass dieses Wort wirklich dir weiterhilft in deinem Weg mit dem Herrn, wenn du daran festhältst. Der Weg, den ich dich führe, der führt zur Erfüllung der Verheißung. Verheißung. Lass nicht die Umstände so bedeutsam für dich werden, dass du die Verheißung, die Gott dir gegeben hast, dafür aufgibst. Sondern halte an der Verheißung fest und sprich zu deinen Umständen und sag ihnen, sie haben sich so zu ändern, damit diese Verheißung hervorkommt. Bleib dran. Gott hat mehr für dich. Untertitelung des ZDF für funk, 2017